Dreimal täglich Dreimal täglich schadet sehr Dreimal täglich auf ihm stehen Gleich wird alles besser gehen Dreimal täglich muss es sein Dreimal täglich, das ist fein Dreimal täglich, das tut gut Stärkt den Kreislauf, Herz und Blut Dreimal täglich nur nicht mehr Sechsmal täglich schadet sehr Dreimal täglich auf ihm stehen Gleich wird alles besser gehen Dreimal täglich muss es sein Dreimal täglich, das ist fein Dreimal täglich, das tut gut Stärkt den Kreislauf, Herz und Blut Dreimal täglich nur nicht mehr Sechsmal täglich schadet sehr Dreimal täglich auf ihm stehen Gleich wird alles besser gehen Dreimal täglich, das tut gut Dreimal täglich, das ist fein Dreimal täglich, das tut gut Stärkt den Kreislauf, Herz und Blut Dreimal täglich nur nicht mehr Sechsmal täglich schadet sehr Dreimal täglich auf ihm stehen Gleich wird alles besser gehen Zu Risiken und Nebenwirkungen Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage Und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker Und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker